Seit Januar sind wir hier am organisieren, planen, sagen wir die Plakate, aber jetzt gemacht werden wir uns heute vorstellen. Wir sind froh, ich bin froh, dass es jetzt in die Heiz- und Heikampfphase geht, weil das alles so planen und so weiter, das ist alles schön und gut, aber jetzt geht es, glaube ich, raus auf die Straße, sich mit der Gegnerin, Parteien auseinandersetzen, das ist sicherlich das, was wir eigentlich alle wollen, was ihr wollt, hoffe ich. Ich bin auf eure Hilfe alle angewiesen. Plakat stelle ich kurz vor, ich hoffe mal, also man erkennt mich, steht da zumindest drunter und... Ja, Haare sehen noch weniger aus, aber ich kann es eigentlich ändern. So, jetzt freue ich mich, dass ihr hier seid, wir machen ein schönes Bild und dann kommen wir ins Gespräch. Okay, danke. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020